Die unreine Flamme Der Erhabene, als er in Uruvela verweilt hatte, solange es ihm gefiel, machte sich auf die Wanderschaft nach dem Berge Gaia-i-Sisa mit einer großen Mönchsschar, mit tausend Mönchen. Da verweilte nun der Erhabene zu Gaia und sprach zu den Mönchen also. Alles, ihr Mönche, steht in Flammen. Und was alles, ihr Mönche, steht in Flammen? Das Auge, ihr Mönche, steht in Flammen. Die sichtbaren Dinge stehen in Flammen. Das Erkennen, Vermöge des Auges steht in Flammen. Die Berührung des Auges mit sichtbaren Dingen steht in Flammen. Das Empfinden, das infolge der Berührung des Auges mit dem sichtbaren entsteht, sei es Freude, sei es Schmerz, noch Freude, auch dies steht in Flammen. Wodurch ist es entflammt? Durch der Begierdefeuer, durch des Hassesfeuer, durch der Verblendungfeuer ist es entflammt. Durch Geburt, Alter, Tod, Schmerz, Klagen, Leid, Kümmernis und Verzweiflung ist es entflammt. Wer es also ansieht, ihr Mönche, ein weiser, edler Hörer des Wortes, wendet sich ab vom Auge, wendet sich ab vom Sichtbaren, wendet sich ab vom Erkennen Vermöge des Auges, wendet sich ab von der Berührung des Auges mit dem Sichtbaren, wendet sich ab vom Empfinden, das infolge der Berührung des Auges mit dem Sichtbaren entsteht, sei es Freude, sei es Schmerz, sei es Nichtschmerz, sei es Nichtfreude. Er wendet sich ab von der Nase, der Zunge, dem Körper, dem Denken. Indem er sich davon abwendet, wird er frei vom Begehren. Durch Freiheit von Begehren wird er erlöst. Im Erlösen entsteht die Erkenntnis, ich bin erlöst. Vernichtet ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, erfüllt die Pflicht. Keine Rückkehr gibt es mehr zu dieser Welt. Keine Rückkehr Keine Rückkehr Meus Keine Rückkehr Neus Keine Rückkehr Keine Rückkehr Neus Vielen Dank.